Hallo, ich bin Edith Jeske und ich unterstütze Shubungi and the Maxons, weil ich im Popkurs 2013 Shubungi kennengelernt habe und einfach begeistert war. Ich unterstütze Shubungi and the Maxons bei der Fertigstellung ihres Albums, weil es einfach der Shit ist. Weil ich die ersten Klamotten vom Album gehört habe und sie mega gut sind. Weil ich finde, dass es wirklich gute Musik ist. Weil ich so eine Energie auf der Bühne noch nie erlebt habe, dass jedes Mal super Spaß macht und ich es nur jedem empfehlen kann, der es noch nicht gesehen hat. Das sind übrigens Shubungi und die Maxons. Sie haben schon acht Songs für die neue Platte geschrieben. Die soll ohne Label, in Eigenregie und mit uns entstehen. Dafür brauchen sie unsere Hilfe. Deshalb machen sie neben vielen anderen Aktionen mit uns ein Crowdfunding. Am Ende des Crowdfundings bekomme ich nicht nur die fertige Platte, sondern auch ein Beatworkshop. Limitierte Shirts, ein Privatkonzert und vieles mehr. 2500 Euro sollen gesammelt werden. Das sind etwa 50 Prozent der Produktionskosten. Den Rest zahlen Shubungi and the Maxons aus eigener Tasche. Zehn Prozent gehen an Beatwork und Aqua, die sich für Trinkwasserprojekte in der ganzen Welt stark machen. Und Anallebleiben, eine Organisation, die sich gegen Abschiebungen von Roma in Krisengebiete einlädt. Macht auch mit. Wir sind das Label. Wir sind das Label. Wir sind das Label. Wir sind das Label, ja.